Moderator des Politbarometers. ZDF-Journalist Fornoff muss ZDF-Journalist Matthias Fornoff und das Politbarometer ZDF-Journalist Matthias Fornoff unter Druck? Diskussion um die Leitung des Politbarometers. Der renommierte Journalist Matthias Fornoff, der seit Jahren für das ZDF tätig ist und als Moderator des beliebten Politbarometers bekannt wurde, steht aktuell im Fokus einer hitzigen Debatte. Aufgrund jüngster Ereignisse und Entwicklungen innerhalb der ZDF- Redaktion sowie den Herausforderungen in der politischen Berichterstattung wird spekuliert, ob Fornoff seine Rolle als Moderator des Politbarometers weiterführen kann oder eventuell abgelöst wird. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Hintergründe und die aktuellen Entwicklungen rund um Matthias Fornoff und das ZDF. Eine lange Karriere beim ZDF, Matthias Fornoff, begann seine Karriere beim zweiten deutschen Fernsehen, ZDF, in den frühen 1990er Jahren und hat sich im Laufe der Jahre zu einem der bekanntesten Gesichter des Senders entwickelt. Nach seinem Abschluss in Journalismus und seiner frühen Tätigkeit bei verschiedenen Lokalzeitungen stieg Vornoff schnell in den Reihen des ZDF auf. Er moderierte bedeutende Formate wie die Heute Nachrichten und das Heute Journal. Seine Fachkompetenz und sachlicher Moderationsstil machten ihn zu einem bevorzugten Moderator für politische Sendungen und Analysen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das Politbarometer, ein wichtiger Indikator der politischen Stimmung. Das Politbarometer ist eine der ältesten und bekanntesten politischen Umfragen in Deutschland, die seit 1977 regelmäßig durchgeführt wird. Es gibt den Wählern einen Einblick in die Meinungen und Stimmungsbilder der Bevölkerung zu aktuellen politischen Themen und Persönlichkeiten. Moderatoren wie Matthias Fornoff spielen eine entscheidende Rolle dabei, diese komplexen Daten und Trends verständlich und anschaulich zu präsentieren. Seit Fornoff die Moderation des Politbarometers übernommen hat, hat sich das Format weiterentwickelt und wurde durch seinen klaren und präzisen Moderationsstil geprägt. Unter seiner Leitung konnte das Politbarometer seine Rolle als einflussreiches Werkzeug zur Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in der deutschen Politiklandschaft festigen. Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen. Doch in letzter Zeit geriet Matthias Fornoff zunehmend in die Kritik. Verschiedene Medienberichte und interne Quellen des ZDF deuten darauf hin, dass es innerhalb der Redaktion zu Spannungen gekommen ist. Zudem wurde kritisiert, dass Fornoff bei bestimmten Themen eine zu einseitige Berichterstattung an den Tag gelegt habe. Kritiker werfen ihm vor, dass seine Analysen und Kommentare gelegentlich von persönlichen Meinungen beeinflusst sein, was dem Anspruch des ZDF auf Objektivität und Neutralität widerspricht. In einem aktuellen Beitrag der Süddeutschen Zeitung wird berichtet, dass diese Kritik zu intensiven internen Diskussionen über die Zukunft des Politbarometer-Moderators geführt hat. Mehrere Insider berichten über eine prüfende Auseinandersetzung der ZDF-Führung mit Fornoffs bisherigen Leistungen und seiner möglichen weiteren Rolle im Sender. Mögliche Konsequenzen und Perspektiven. Der Druck auf Matthias Fornoff scheint demnach zu wachsen. Die Frage, ob er weiterhin das Politbarometer moderieren wird, ist derzeit offen. Experten wie Professorin Sabine Schmidt, Medienwissenschaftlerin an der Universität Hamburg, betonen die Wichtigkeit von Neutralität und Unparteilichkeit in der politischen Berichterstattung. Journalisten wie Fornoff stehen vor der Herausforderung, ein ausgewogenes Bild der politischen Lage zu vermitteln, ohne selbst zu einer politischen Figur zu werden, erklärt sie in einem Interview mit dem Spiegel. Ein weiterer Punkt, der bei der Diskussion um Fornoff ins Gewicht fällt, ist die sich rasch verändernde Medienlandschaft. Mit der wachsenden Bedeutung von sozialen Medien und alternativen Nachrichtenplattformen sehen sich traditionelle Medien wie das ZDF einem erhöhten Druck ausgesetzt, ihre Relevanz zu wahren und sich gleichzeitig den Ansprüchen nach Transparenz und Unvoreingenommenheit zu stellen. Fazit und Ausblick. Unabhängig vom Ausgang der aktuellen Diskussionen bleibt Matthias Fornoff eine prägende Figur des deutschen Journalismus. Seine Karriere beim ZDF ist geprägt von bedeutenden journalistischen Beiträgen und einem hohen professionellen Standard. Ob er jedoch weiterhin das Politbarometer moderieren wird oder ob ein Wechsel bevorsteht, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass die Debatten und Entwicklungen rund um seine Person und Rolle im ZDF die Wichtigkeit von integrierer und neutraler politischer Berichterstattung in einer sich wandelnden Medienlandschaft unterstreichen. Quellen ZDF.de, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Autor mit Datum Anita Farke, Donnerstag, 30. Mai 2024.